Da ist Basta! Zeit zum Aufwachen! Es ist ein brandneuer Tag! Schau! Mama hat Bastas Frühstück schon fertig. Marmeladentoast! Bastas Lieblingsschmaus! Aua! Basta fuhr über das Spielzeug. Alles gut. Mama küsst es besser. Jetzt kann Basta rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend! Jetzt spielt Basta mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber, oh nein! Der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau! Mama hat den Ball wieder freigestupst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Basta malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau! Die Sonne hat ein Gesicht. Aber, oh je! Basta ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Basta. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Basta. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste. Es macht so viel Spaß. Ei, Mama, da war mich. Ich weiß nichts gar nicht. Vielen Dank.